Oh, wir werden aber auch nicht mehr geschafft. Wieder ist Gina Cavalli Zweiter geworden. David Lehmann ist wieder Dritter geworden. Oder, nein. Der ist zum ersten Mal Dritter geworden. Ich glaube, Dave Miller war sonst immer Dritter. Nein, nicht mal. Lehmann war zweimal Letzter. Na gut, die Meisterschaft habe ich schon gewonnen. Vier Läufe sind es ja. So, das nächste Rennen ist das Finale in Monaco. Das ist zwar dein erstes Rennen. Auf dieser Strecke. Aber wir erwarten dennoch beste Resultate. Wie immer. Okay. Hier kann ich das Getriebe locker noch ein bisschen runterstellen. Das letzte Rennen wird in Monaco gefahren. Ein traditionsreicher Kurs. Dieses Rennen findet vor internationalem Publikum statt. Machen wir die Meisterschaft klar. Viel Glück. Na, die Meisterschaft ist ja schon zu unseren Gunsten entschieden. Was ich sagen wollte, das Getriebe kürzer stellen. Da braucht es sowieso überhaupt keine Topspeed, sondern nur Beschleunigung. So, auf zum Rennen. Ich verzichte auf ein Training. Diesen Kurs sollte ich ja einigermaßen kennen. Klar, mit dieser Physik noch nicht so richtig, aber den Verlauf kenne ich ja. So, kommen wir mal an Kumpel. Du hast das Kumpel. Tut mir leid, Rainer, ich hab dich unterschätzt. Der Nofo ist besser als seins. Das ist ja ein Wechsel. Ich schieße dich von der Piste. Das kann ich auch. Siehst du, Blanko? Das kann ich auch. Der Kurs ist enger, als ich das in der Rennung habe. Warum? Du? Nicht so wunderschön, wie sie mir. Jetzt packst du den nächsten auch gleich. Okay, da könnte man abfüllen. Das ist das Sliming. Ah. Verruhige dich. Ich glaube, dass die Filterkurs ein bisschen enger gesteckt worden ist, weil sie das normal ist. Du musst näher ran. Mach dich bemerkbar. Alter, was du nicht sagst. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Echt jetzt? Für den Autor ist noch nicht besser als passiert. Willst du schuld an einem Unfall sein? Nein, ich bin die letzten Kampfpfeil. Ich bin nicht freiwillig von bei. Jetzt häng' ihn endgültig ab. Ich hab' den Kurs nicht drauf. Mein Hinterhand fällt zurück. Es ist vorbei. Wir gebremst, aber jetzt wird's schwierig. Was zur Hölle? Ja, toll. Okay, nochmal. Das muss man doch irgendwie wissen. Nein, meine Siegsehle kommt ja nicht ewig anhalten. Du machst das gut. Tut mir leid, Rainer. Ich hab' dich unterschätzt. Und tschüss. So fies, besser. Ich bin in der Kurve. So mag ich das. Letztendlich besser starten. Nicht aufhören. Lass ihn nicht in Ruhe. Achtung. Irgendwann macht ihr einen Fehler. Gutes Fremstiming. Sieht mich. Boah, muss man da langsam durch. Du Gas gibst. Stoppst du nicht bald. Das Teil fällt noch fast um. Toll. Wenn nicht auf jeden Fall Zeit. Gibt Gas, bevor er wiederkommt. Du tragst ihn in der nächsten Kurve. Und jetzt durch die Kurve. Und jetzt durch die Kurve. Und jetzt durch die Kurve. Wirst du ärgern? Entschuldigung. Wie hat sie das gemacht? Achte auf das Auto hinter dir. Das ist wohl schon viel besser. Ich bin König. Ich bin in der Stimme. Wir bist auf Platz 4. Du und der Dritte. Seid eine Sekunde auseinander. Und jetzt durch die Kurve. Warte. Eieieiei. Dich schnapp ich mir. Kommet wie, Canavaro. Kommet wie. Die Straße ist heute präumlich erwartet. Die Straßen sind sehr eng. Ich bin fest in deinem Windschatten. Okay, jetzt durch die Kurve. Die Rammsteine sind doch nicht so meterweit hoch, dass man umfallen könnte. Echt nicht. Waren sie ihn. Du machst das gut. Tut mir leid, Rainer. Ich hab dich unterschätzt. Du gehst mir. Was soll das? Warum hast du im vierten Gang so viel Drehmoment? Meine Fressen. Ich hab dich unterschätzt. Ich hab dich unterschätzt. Du machst das gut. Tut mir leid, Rainer. Ich hab dich unterschätzt. Ruhig bleiben. Schöner Winkel für die Kurve. Du musst näher ran. Mach dich benachbar. Mach dich benachbar. Du hast optimales Tempo in der Kurve. So geht das. Du hast optimales Tempo in der Kurve. So geht das. Höchstens auf das Auto da vorne. Was? Das Boot hinter mir ist schneller? Was? So fährt man optimal durch. So fährt man optimal durch. So nicht. So. So nicht. Halter. Ich würde dich längst überholen. Der Strecke ist nicht so eng. Nicht so wunderschnapp ich sie mir. Leider ist sie so eng. Gehen wir los den Weg. Okay, wieder Jatenbahn. Ja, ich gebe die Mühe. Einmal der Lenkeinschlag. Dann gehen wir los dahin. Toll. Wird wirklich schneller werden. Sonst hauen sie wieder alle ab. So werden wir nicht durch. Und jetzt überhol ihn. So macht man das. Was war das? Verdammt! Ich komme ran, weil ich besser bremse. Ich gebe hier wirklich Mühe mit dem Ganzen. Aber das ist sehr, sehr schwierig, ob sie zu checken. Schnell zu fahren. Das Auto hinter die Arten zu schütteln. Das ist die schnellste Zeit. So läuft das. So, jetzt komme ich näher. Jetzt kommen wir von dem Ganzen anfangen zu sprechen. Zeig ihm, dass du ihm weit überlegen bist. Und jetzt durch die Kurbel. Ich bin fast in deine Windschatten. Wie wegen. Oh, in den Windschatten-Gas. Komm schon. Du gehst so schnell in die Kurbel. Aber ich habe überholt. Zeit, die Nervenzwecke abzuengen. Übertreib nicht. Nächste Runde schnapp ich sie mir. Nächste Runde. So, es müsste viel schnellstens gewesen sein. Aber dann. Versorge, wenn ich nie. Den kannst du ja wohl leicht abschütteln. Da muss noch vieles passieren, damit ich hier noch von vorne komme. Mach mal ne Pause in der Box oder so. Okay, jetzt durch die Kurbel. Nein, nicht so. Nicht so. Nein. Den kannst du ja wohl leicht abschütteln. Nein, so geht das nicht. Du musst mithalten. Sonst war's das. Das finde ich perfekt gebremst. Nicht aufhören. Lass ihn nicht in Ruhe. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Meisterschaft gewinnen muss. Oder ob ich hier unbedingt der Erste werden muss. Komm schon, du kannst es. Wir zählen auf dich. Ich muss wenigstens Zweiter zu werden. Nicht aufhören. Lass ihn nicht in Ruhe. Höre aus und gib Gas. Jetzt ist es vielleicht noch eher. Ah, du bist in meinem Windschalten. Und? Du hattest optimales Tempo in der Kurbel. Kinderspiel. So ein Mist. So ein Mist. Braten ist so gehalten. Den kannst du ja wohl leicht abschütteln. Was passiert eigentlich, wenn ich gerade ausfahre? So fies. Nicht aufhören. Lass ihn nicht in Ruhe. So kann ich den Sieg vergessen, aber mehr als der Zeitplatz wäre fairerweise und nicht drin gelegen. In diesem Rennen. Wenn ich's noch mal fahren würde, dann würde es vielleicht klappen, aber... So? Ganz sicher nicht. Egal. Ich hätte mich wollen, um zu einem Platz zufrieden. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft.